Mubaki, ne? Ja Äh Chilipepper Onions und Barley Das kann ja auch für Barley haben Ich weiß es nicht, weil ich hier nicht so Egal, das bringe ich alles mit Ich komm gleich wieder, Freunde! Das war ne Runde Deal mit denen Mach doch Zur Not, ich geh mal kurz auf den Test-Server Ja Auf den Bau-Server Probier das mal mit dem Dispenser aus Dass du eine Glocke necks und der ganze Zeit das Dünger auf die eine Pflanze ballert Da kannst du schnell produzieren Ich bin wieder krank im Kopf, uiuiui Woll grad schon rein, du bist krank Ah, mein Necken So, was brauch ich? Ich brauch Ich brauche Ich brauche Wasser Ich brauche eine Glocke Ich brauche einen Block Ähm, er ist ein Dispenser Ja, Dispenser kann es nur sein Delay-Button Ein Schipenser Ein Schipenser Ein Schipenser Schipenser Vielleicht noch das Gut Äh, Bräuchchen Äh, Bräuchchen Ich mag nicht hier aus, hab ich Ein Schipenser Ein Schipenser Ein Schipenser Ein Schipenser Nein 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 Die Linie bleibt immer gleich Und eins Zwei Und eins Zwei Machen wir nicht so ein Äh, müssen wir es so übertreiben Übertreiben es erstmal So wie du das halt immer machst Ich mach das nie Äh, das heißt Kompost, ne Kompost Es war massenweise das Stecken im Inventar Zack Jetzt sind wir irgendeine Frucht und zwar eine potato reicht ja warte mal muss ich warte mal bei normaler erde die mit wasser ist muss sich da samen auch aus machen bei den anderen muss ich es ja so wie heißt das denn es ist auch als das farben land oder ist das kompost warum weißt du eigentlich irgendwas ja dass du knall hast ja erde mit dingen verbinden war das nicht so garden soll und jetzt normalerweise Schlimm, wenn man so konzentriert baut und überlegt und deswegen kaum was labert. Ne? Ja, okay, es geht auf jeden Fall nicht. Er spuckt nur Kompost raus. Bauen wir. Bauen wir. Fick dich doch. Okay. Das ist dreckig. Jetzt bist du mal eventuell. Oh Mann ey, hilf nicht. Du, 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 du. Das passt ganz gut. Wollte ich dann sagen, was will der Dunkel werden? Nö, auf dem Boss aber gar nicht. Oh, fick dich. So, der macht dit. Dann geht er hier durch. Normalerweise muss der dann... Ja, das war clever. Nicht. Genau, nicht. So wie immer bei dir. Das müsste eigentlich hinterlaufen. Mal gucken, was er veranstaltet. Und die ganzen Konstruktionen hier, ne? So wie mit dem anderen automatisierten hier. Mit den Kartoffelpressen. Ja, der eine geht aber. Welchen? Oh, ich muss den einen noch runtersetzen, den Block. Bist du warte hier, oder was? Mhm. Okay, geht nicht. Da kann ich die hier. Warum zieht der denn gar einen Zoll nicht runter? Redstone Pass? Okay. Muss halt hier sein, wie geht. Das Ding heißt, das Ding heißt, Timeswitch. Ich glaube, das hatte ich mal in irgendeinem Let's Play mal gebaut, das Teil. Okay. Da musst du es nur noch reinlegen ständig. Okay, aber das muss ich mal nachgucken. Das Ding heißt, Timeswitch. Okay. Doch, das große Ding müsste es sein, das hier. Okay. Das funktioniert noch nicht ganz. Ne, warte, wo ist es denn? Ne. Oder habe ich es abgerissen? Irgendein, ne, das ist es. Hä, wo ist das denn? Ich hatte nämlich eins gebaut. Hm. Das ist dreimal breit. Das hat drei Dinger. Und der spuckt das dann von allen Seiten runter und du presst das eine mit und drückt es dann mal runter. Das geht. Komm. Ah. Ah, ich weiß nicht schon mal. Es gab irgendwie abgerissen, als wir auf den Keks gingen. Vielleicht. Nicht nur vielleicht. Oder er hat behindertes. Das ist ja auch, äh, ne, ne, was anderes. Ja, das hätte ich nicht gemacht. Das mit Dispensern, das ist ja zumindest da, er Bauernmehl auf normale Erde packt. Oder auf die, äh, auf den Ding. Mhm. Auf Tilt Garden Zoll. Aber er nimmt da nur, nimmt da nur Bauernmehl, ja. Okay. Geht mit Bauernmehl. Wird blöd. Hm, ein bisschen. Bisschen Arsch, ne? Macht aber nichts, ist okay. Das macht nichts. Wenn man nämlich, ähm, so, ich gucke mal, entweder kann man einen Baum hier bestimmt irgendwo herstellen. Oder so. Ey, mit dem Shader durch die Hölle laufen, ohne Licht, ne. Ey, ist ja mal. Nacht. Ist ja mal einfach nur Nacht. Ey, ich laufe gerade mit Shader durch, weil ich es mit Shader einfach geiler finde, zu spielen. Ist nicht kacke, ist einfach nur Nacht. Nacht. Ich mag halt Shader. Jetzt bin ich der, der Dealer wieder. Jetzt muss ich aber Platz schaffen für den Dealer. Damit ich stehlen kann. Hm. Wenn du es sagst. Und stimmt das vielleicht auch? Ach so, und Gemüse muss ich noch reinlegen. Ich brauche hier einen Durchgang. Muss immer außen rumlaufen. Das ist ein bisschen ätzend. Heule doch. Heule doch. Ich hole gleich. Und wieso bei den einen Seiten ist doch noch gar keine Scheibe drin? Doch, aber Richtung Portal, ja. Oh. Ja. Da ist was drin. Alte Quarktasche. Aber jetzt habe ich Spinat geertet. Ich wollte doch nicht Spinat enten. Ich wollte Köpfe enten. Salatköpfies. Ja. Ja. Das ist garlich. Komm, vielleicht kann ich mir was aus den Kisten mal rausnehmen hier. Ach, Chilipepper kriege ich ja eh gleich. Oh. Oh. Was ist denn los hier? Komm, ja nicht. Hallo, was ist denn los hier? So, jetzt kann man die oberste Kiste auch nicht mehr aufmachen. Du bist echt so ein Held, ne? Was? Du bist echt so ein Dschungelkind. Ha, actualität? Na, da.